hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und zwar geht es heute um den vollmond im wassermann am 19 august 2024 ich möchte euch ein wenig erläutern mit welchen aspekten wir es bei diesem vollmond zu tun haben was wir erwarten können und wie man damit umgehen kann so viel kann ich dazu sagen es kann wirklich ein wendepunkt in eurem leben sein und man hat hier große chancen etwas zu transformieren weil die planetarischen aspekte hier wirklich sehr sehr intensiv sind man kann wirklich sagen bei diesem vollmond die planeten die kommunizieren miteinander jeder hat hier was zu sagen und wer die oberhand letztendlich gewinnt das entscheidest du also ich kann empfehlen bei diesem vollmond ruhe zu bewahren sich zu reflektieren ein wenig geschwindigkeit rauszunehmen und sich auf sich selbst zu konzentrieren also den fokus auf seine seine wünsche auf seine inneren werte auch hier zu legen ja der erste aspekt vollmond dieser vollmond ist im wassermann beim wassermann geht es immer um freiheit und innovation und der wassermann hat den drang das alte hinter sich zu lassen und dieser vollmond vollmond ermutigt uns hier sich von diesen veralteten strukturen endlich zu lösen und unsere einzigartigkeit zu kommen weil der voll der wassermann da gehört der uranus zu steht für das besondere das einzigartige und zu diesem vollmond werden wir diesen drang verspüren und uns von diesen gesellschaftlichen erwartung endlich zu befreien und unsere eigenen wege letztendlich zu beschreiten also es geht viel um dieses befreiende element was wir ja auch alle im kollektiv spüren die menschen möchten unabhängig sein ja der wassermann steht ganz stark für unabhängigkeit für freiheit für revolution das ist das revolutionäre zeichen und der uranus der revolutionäre planet und dieser wunsch nach veränderung wird hier von diesen kosmischen anderen aspekten begleitet und auch auf die probe gestellt weil wir haben einen anderen aspekt wen habe ich mir hier raus gesucht ja das quadrat saturn jupiter ein ganz besonderer aspekt ja der saturn für die limitierung beschränkungen ja es ist der strenge lehrer und der jupiter für das expandieren für das ich stehe für meine werte ein und das nötige quäntchen glück was jupiter immer zugesprochen wird ja wer gewinnt hier ja ich habe das mal so ein bisschen beschrieben so als geistige überschrift für euch wachstum unter druck dieses quadrat zwischen saturn und jupiter bringt halt diese herausforderung expansion und rest restrisiko in einklang letztendlich zu bringen jupiter möchte dass wir wachsen träumen neue horizonte erkunden während saturn uns halt daran erinnert das wachstum auch verantwortung und harte arbeit erfordert dieser spannungsaspekt zwischen jupiter und saturn kann uns das gefühl geben dass unsere ambitionen durch äußere umstände blockiert werden wir haben das gefühl wir können nicht so wie wir doch so gerne möchten aber denke es ist eine zeit die uns jetzt dieser aspekt uns gerade daran erinnert dass wir geduld und disziplin das geduld und disziplin hier wirklich gefragt sind um langfristig erfolge zu sichern es geht nicht um das kurzfristige es geht hier auch um langfristige erfolge und denke auch immer das universum möchte das gute für uns und sind diese konstellation so sind ja das wo wir fühlen wir werden hier doch etwas zurückgehalten ist es gut ja man schließe ich auch noch den rückläufigen merkur und der rückläufige merkur fordert uns ja auch auf ist ja bei allen rückläufigen planeten so einmal noch mal einen schritt zurück zu gehen resümee zu für uns selber zu führen ja uns zu reflektieren das ist die rückläufigkeit der planeten wir haben das gefühl ist stoppt aber eigentlich fordern die planeten uns auf alles gründlich noch mal zu überdenken und uns die zeit zu nehmen ist unser projekt unser vorhaben wirklich gut am start ist also quadrat saturn jupiter disziplin und geduld hier nochmal um langfristig unsere erfolge zu sichern noch ein sehr spannender aspekt quadrat sonne uranus uranus gehört ja zum wassermann ja und da uranus ist im stier bei diesem aspekt kann es zu unerwarteten wendung kommen weil uranus steht immer für unerwartete sportane immer für dieses revolutionäre dieses quadrat sorgt für plötzliche unerwartete wendung also diese konstellation kann uns dazu zwingen unsere alten mutter wirklich abrupt zu durchbrechen und neue ganz ungewohnte wege zu gehen sei hier bitte flexibel und offen denn es ist jetzt entscheidend und diese dynamischen energien auch zu nutzen ja die sonne die steht ja fürs ego fürs ich habe mir das jetzt so vorgestellt und so soll es sein ja die sonne im löwen der löwe will ja auch sich präsentieren ja möchte das so gestalten wie er das möchte und ist auch sehr ungeduldig er möchte das so haben wie er das nun mal will als könig ja als löwe und das kann gut sein bei diesem aspekt dass das eben nicht so ist wie du dir das vorgestellt hast sondern ganz anders ja also bitte sei hier offen und flexibel es kann ja auch alles viel besser sein nur wir können es uns nicht zu vorstellen uranus möchte ich erneuern ja und ich bin wirklich gespannt wie uranus hier die alten muster durchbricht und uns neue wege auf zeigt und wir wissen noch nicht genau wo dieser weg hin führt weil wir denke der merkur ist rückläufig ja wir sollen noch mal alles etwas überdenken ja wir wissen noch nicht genau wie es aussieht also bitte offen und flexibel diese energien annehmen und wenn was spontanes jetzt passiert unter diesem aspekt kann ist ja auch ein sehr erfreuliches erlebnis sein ja uranus ist im stier das kann hier auch um finanzen gehen wir haben zur zeit jetzt wo ich dieses video drehe sind ist die börse ziemlich gecrashed ja also ich kann empfehlen was ich auch selbst gemacht habe hier jetzt zu investieren aber bitte immer schauen wo du investiert dass das auch wertvoll ist vielleicht in neue ökologische projekte alles was der erde dient ja bitte nicht in diese negativ aktien oder negativ finanzielle struktur hier investieren alles was der erde dient da kann man jetzt gut investieren weil die börse halt gecrashed ist und man kann auch in neuen währungsform investieren was ich auch getan habe da müsst ihr euch aber informieren aber es ist hier ein zeitpunkt der uns dazu auffordert uns das ganze zumindest einmal anzuschauen wir haben hier noch ein spannenden aspekt die mars jupiter konjunktion im zwilling hatte ich auch schon beim letzten video etwas darüber gesprochen mars jupiter ungeduld der mars ist der planet der sehr ungeduldig ist unterstreicht noch mal ich will es jetzt und sofort ja in konjunktion im zwilling tatendrang und in enthousiasmus sind hier angesagt ja diese konjunktion bringt eine explosive mischung aus energie und einem starken drang nach aktivität im zeichen des zwillings dann stärkt diese verbindung unsere neugier und unseren wunsch wird unser wissen zu erweitern neue ideen zu erkunden und der mars treibt uns an sofort zu handeln während jupiter uns am mutig groß zu denken unsere vision zu verfolgen ja das ist alles ein ein aspekt der uns auch dienlich ist denke hier groß ja mars treibt dich dazu an doch vorsicht diese konjunktion kann uns auch dazu verleiten um geduldig und impulsiv zu handeln ohne die konsequenzen vollständig zu bedenken bedenke noch mal mit rückläufiger merkur aber nutze die energie deine vision groß zu machen ja die vision ist ja auch der wassermann was alles dient unserer welt was kann ich dazu beitragen was erfüllt mich dabei denke groß und lass dir zeit und nutze die energie hier was voranzutreiben weil der zwilling da geht es ja auch um kommunikation zwilling ist übrigens auch da kann es auch um die nachbarschaft gehen um um geschwister ja vielleicht auch ganz persönlicher ist bei dir auch der drang danach über gewisse dinge noch mal zu reden in der familie oder mit deinen nachbarn über ein projekt ja also uranus ist ja auch ganz individuell gleich dich dann nicht fest das kann dir spontan hier in den kopf kommen dass du mit irgendjemand über irgendwas sprichst wo du denkst genau das ist es ja sei da sehr offen und sehr flexibel ja quadrat sonne uranus unerwartete wendung denk an diesen aspekt alles zusammengefasst kann das dir wirklich sehr dienlich sein was bedeutet das für uns alle ich habe hier einige aspekte nur rausgeschrieben es sind noch ein paar andere aber das sind so die hauptmerkmale wo ich finde wo wir mit umgehen müssen und dürfen also der vollmond im wassermann fordert uns auf die balans zwischen freiheit und verantwortung zwischen innovation und stabilität zu finden diese planetarischen energien erzeugen zwar spannung und zwingen uns auch dazu hier uns noch mal klar über unsere ziele nachzudenken und hier vielleicht auch neue prioritäten zu setzen aber gleichzeitig öffnet diese vollmond vollmond energie uns ein fenster und mutige schritte und hier voran zu treiben und wirklich großartige chancen stehen uns hier bereit und zieht das bitte alles mit in betracht als abschluss noch der löwe steht für das herz und für den mut wir sollten hier diese tollen wirklich tollen lügen nach diesen tollen lösen eigenschaften handeln ohne ins ego zu rutschen und wirklich schauen wie wir unsere individuellen teil hierzu beitragen können vielleicht für eine bessere welt natürlich für eine bessere welt und vielleicht auch natürlich auch für uns eine bessere welt ganz persönlich zu schaffen ich freue mich über kommentare und natürlich abos und gleich und vielleicht was hast du für erfahrungen mit diesem vollmond gemacht wird mich interessieren wenn du fragen hast ja oder eine private astrologische beratung haben möchtest dann schreibt mich gerne an denn schauen wir bei dir auf welche häuser auf welche häuser ja in welche lebensbereiche sich das hier alles auswärmt das ist ja auch entscheidend wo die planeten einwählen können da haben wir auch unsere häuser unsere lebensbereiche das schauen wir ganz individuell bei dir was da für dich an chancen bereitstehen und herausforderungen dann schreibt mich gerne an du kannst über meine website etwas buchen aber ich biete die wirklich an mich anzuschreiben da können wir persönlich noch mal ein kurzes gespräch führen damit ich genau weiß was du möchtest ich finde das bei astrologischen beratungen so wichtig dass man vorher kurz spricht und das absteckt umso genauer kann ich für dich deine ganz persönlichen aspekte hier heraussuchen ich wünsche dir wirklich einen fantastischen vollmond nutz die energien machs gut dein lügenherz genau das ein equipfulltes so so das